So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier spricht Shalya Stevens von shalyastevens.com. Ich bin der virtuelle Coach und ich helfe Experten und Entrepreneuren dabei, sich erfolgreich auf dem Markt zu positionieren, kontinuierlich ideale Kunden zu gewinnen und ihre Expertise zum Business zu machen. Und im heutigen Video plaudere ich, das Wort will ich raus wollen heute, mit Claudia Kauscheder. Hallo Claudia. Hallo Shalya. Siehst du, bei mir kommt dein Name nicht raus. Hallo Shalya. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich noch leider an einem ziemlich riesen Jetlag von einer Woche in Los Angeles meine Ausbildung und ich habe das Gefühl, ich habe Claudia angesteckt. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ausrede. Im heutigen Video wollen wir im Rahmen von dem Online-Training Keep-in-Touch-Strategie über das Thema Redaktionsplan sprechen. Und Claudia und ich, wir haben uns nicht vorbereitet, wir werden einfach spontan miteinander reden und gucken, was dabei rauskommt. Aber Claudia, du machst das quasi mit deinen Kunden zusammen. Vielleicht erzählst du ein paar Wörter über dein Business, deine Tätigkeit und was Redaktionsplan überhaupt mit dir zu tun hat. Okay, gerne. Ja, ich bin seit fast drei Jahren jetzt unterwegs in Sachen Homeoffice, beziehungsweise, also ich unterstütze die Homeworker, egal ob selbstständig oder unselbstständig, aber hauptsächlich selbstständig dabei, einfach die vielen Jobs, die sie durch die Selbstständigkeit und das Online-Business haben, so zu strukturieren, dass sie leichter von der Hand gehen, dass sie Spaß machen, das heißt, die richtigen Tools verwenden, die richtigen Workflows, Fokus behalten, Struktur reinbringen. Also das mache ich sehr gerne im 1 zu 1 Coaching, beziehungsweise Beratung eher. Und ansonsten habe ich Online-Kurse, die teilweise Selbstlernkurse, teilweise betreut sind. Und da geht es auch immer um dieses Thema. Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement, Strukturfokus, To-Do-Listen und all sowas. Ja, was hat das mit Redaktionsplan zu tun? Planung ist die eine Sache, Umsetzung ist die ganz andere Sache. Also geplant ist teilweise relativ schnell. Ich habe auch vor kurzem eine Umfrage gemacht in Sachen Redaktionsplan, weil ich ja einen Workshop dazu anbieten möchte oder anbiete. Und da kam sehr oft, Planung überhaupt kein Problem, mein Redaktionsplan ist voll, ich habe nur keine Zeit, das umzusetzen. Und damit ist die Sache natürlich schon wieder erledigt. Dann brauche ich mal keinen Plan machen. Wenn ich eh schon von vornherein sehe, ich kann es nicht umsetzen. Das ist also die zweite Schiene sozusagen oder der Zusammenhang. Einerseits die Planung eben und andererseits, wie plane ich so, dass ich wirklich umsetzen kann, und mich da nicht in eine Negativ-Frustspirale hinein plane. Weil ja, es kommt auch das Leben immer wieder dazwischen. Das kennen wir eh alle miteinander. Und darum muss es auf der einen Seite die Richtung vorgeben, die Möglichkeiten beinhalten, aber auf der anderen Seite halt auch dabei helfen, flexibel zu bleiben. Gerade beim Redaktionsplan. Dann stolpert man über irgendein Thema zwischendurch. Und wenn man sich also dann zu sehr einengt mit dem Redaktionsplan, dann kommt so das Gefühl auf, ich will doch unbedingt das schreiben oder das Video machen. Und darf jetzt nicht, weil am Redaktionsplan was anderes draufsteht. Ja. Und bei dieser, bei diesen, ja, man kann fast sagen, Balance zwischen Planung und Freiheit helfe ich eben meinen Kunden. Okay, das gefällt mir sehr, sehr gut, Claudia. Weil, also das ist das Letzte, was wir wollen, dass ein Instrument, was Hilfe leisten sollte, was einem das Leben einfacher machen soll, dass es so eine Qualquelle wird. Also, dass man irgendwie sich peitscht, weil man dann nicht sich dran hält. Genau. Und vielleicht gehe ich ein bisschen in Zusammenhang, in eine Verbindung zu dieser Keep-in-Touch-Strategie. Heute gab es das erste Webinar in diesem Online-Training zum Thema Keep-in-Touch-Strategie. Und wir haben über das Thema TOMA gesprochen. Top of Mind Awareness auf Deutsch, das ist auf Englisch, das ist ein Marketingbegriff. Das heißt so viel wie, bleib in Erinnerung, deine Kunden sei im Vordergrund ihres Gedächtnisses, wenn es um dein Thema geht, wenn sie an den Punkt kommen, wo es bedringlicher wird und wo sie wirklich Hilfe, Unterstützung benötigen oder wo ein Verlangen entsteht, wo sie gerne mit dir was machen wollen. Da denke ich gerade an den Wolfgang Staud. Also, der hat nicht ein Produkt oder ein Thema in seinem Expertenbereich, wo er ein Problem löst, sondern der hat Wein als Thema. Und als Weinexperte geht es um Genuss. Und dort könnte das Verlangen auch kommen, mehr über Wein zu hören und besser informiert zu sein, sodass man mehr Genüsse erleben kann. Also, egal ob Dringlichkeit oder Verlangen, dass, wenn das aufkommt, dass wir diejenigen sind, die im Vordergrund des Gedächtnisses sind. Und das, was wir heute auch im Webinar gesehen haben, ist, dass es um die Regelmäßigkeit und auch die Konsistenz und um die Langfristigkeit geht letztendlich. Das heißt, dass wir nicht nur regelmäßig E-Mail-Newsletters raussenden, sondern dass wir, in meinem Fall, regelmäßig Interviews führen auf Video. Das ist eine meiner Impulsmedien, was alle circa zwei Wochen gedreht wird oder wo wir Deep Dives machen, wo es darum geht, längere Erfahrungen zu schaffen, wie ein Webinar heute. Und indem man das tut, dass man top of mind bleibt. Und gerade für diese regelmäßigen Themen, die vielleicht sich über ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ziehen, könnte für manche Leute, nicht jeder, weil nicht jeder ist so ein Strukturmensch. Manche Leute sind spontan, sie haben im Kopf, alle zwei Wochen komme ich mit meinen Inhalten raus und dann machen sie das und dann lassen sie sich einfach was Spontanes einfallen. Andere Menschen wiederum brauchen mehr Struktur und da kommt natürlich ein Redaktionsplan gerade recht. Und deswegen würde ich gerne dich fragen, Claudia, was ist für dich genau ein Redaktionsplan? Wie sieht das bei dir aus? Soll ich da umschalten oder einfach mal nur plaudern? Okay. Also wer mich auch nur ansatzweise kennt, weiß, dass ich ein Trello-Fan bin. Das heißt, mein Redaktionsplan ist auch in Trello, ganz klar. Und ja, da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, das aufzubauen. Und ich habe es inzwischen auch geändert. Ja, ich gebe mal den Bildschirm frei. So, da ist er, mein Redaktionsplan. Wow. Im vorigen Jahr habe ich es noch anders gemacht. Ich habe also wirklich jetzt im Jänner gestartet auf ein neues System. Im vorigen Jahr hatte ich für jedes Medium eine Liste. Das heißt, Newsletter eine Liste, was habe ich noch gemacht? Videos, Podcast habe ich ja im Sommer gestartet, Blogbeiträge, Webinare, überall eine Liste. Was mir da dann gefehlt hat, war so der, ja, ich bin von einem Thema zum anderen gehüpft, könnte man es mal so sagen. Und dadurch ist mir auch das Zusammenstellen eines des Redaktionsplans ziemlich schwer gefallen. Weil ich immer in ein Thema reingepikst habe und dann habe ich ins nächste hineingepikst. Also schon geplant, aber doch, was mir halt so wild in den Sinn gekommen ist. Und das habe ich eben jetzt heuer geändert, indem ich mir für jedes Monat ein Überthema ausgesucht habe. Wobei ich dazu sagen muss, das Thema kommuniziere ich nicht noch nach außen. Das ist für mich innen. Das heißt, damit ich weiß, wenn mir irgendwas einfällt oder wenn ich über einen Kommentar stolper, wo ich mir denke, ah, das passt zu dem und dem Thema, dass ich das gleich richtig einordnen kann. So, und dann gehe ich eben her und überlege mir, meist in einer Mindmap, was passt denn jetzt alles zum Beispiel zum Thema Workflow. Ja. Ja. Und da liste ich einfach wild auf. Ich habe meine fixen Termine für Newsletter. Ich gebe hinein, wann habe ich welches Seminar, wann bin ich auswärts. Es gibt da nämlich eine tolle Kalenderansicht. Warte, ich schubse dich da mal runter. So, jetzt gehen wir auf Kalender und da habe ich den besseren Überblick. Ja, also in der anderen Ansicht habe ich so die Inhalte und die Ideen drinnen und das ist dann wirklich der Terminkalender. Okay. Und anhand der Seminare, die ich gebe oder habe, kann ich dann zum Beispiel entscheiden, ich bin das ganze Wochenende nicht da. Ich bin in Frankfurt bei der Schelia. Dann wäre es doch toll, wenn ich am Montag jemanden hätte, der mir einen Gastartikel schreibt. Einfach auch als Erleichterung für mich selber. Oder ich habe den Power-Tag-Projektplanung am 28. Dann schreibe ich am 10., also circa zwei Wochen, zweieinhalb Wochen vorher, einen Blog-Beitrag, der vom Thema einerseits zu diesem Workshop passt, aber auch zum Monatsthema Workflow passt. Und so, wenn mir was dazwischen kommt, angenommen, ich stolper über eine Blog-Parade, die mir gefällt, dann kann ich immer noch, also erstens kann man jedes Thema anlehnen an das Monatsthema in meinen Augen. Und auf der anderen Seite, es fällt niemanden auf, wenn ich nicht Anfang des Monats verspreche, zack, jetzt kommen vier Artikel und zehn Videos in Sachen Workflow, dann fällt das niemanden auf, wenn ich mal in ein anderes Thema hineinhüpfe und dann wieder retour. das ist die Sache. Okay, lass mich das wiederholen, wie ich das verstanden habe. Also, du hast quasi pro Monat ein Thema, was einen roten Faden darstellt für dich, wo alle Impulse oder Deep Dives, die du machst, mit diesem Thema zusammenhängen. Du gibst dir jedoch die Freiheit, andere Dinge zu verfolgen, wenn dich irgendwie in eine Richtung inspirierend was erinnert wird. Und weil du das nicht nach außen gesagt hast, genau, Januar ist das, Februar ist das und so weiter, dann hast du auch diese Freiheit, weil niemand weiß es außer dir. Und dann habe ich gehört, also, wenn du Produkte hast, also Produkte, Programme, also Dinge, wo du etwas verkaufst, dass du vorbereitest, auf, dass es kommt, indem du auch Content ein paar Wochen im Vorhinein machst und dann schaust du, dass es vielleicht mit dem Thema auch Verbündung hat, dass es mit dem was zu tun hat. Genau. Das kann ganz grob sein, ja, also das ist nur eine Aussage, jetzt zum Beispiel, Planung ist nicht Aufgabe, das ist jetzt mal nur eine Aussage und ich habe mir ein paar Stichworte dazu geschrieben, das bereite ich dann natürlich anders auf, ja, also tiefer auf, sage ich jetzt mal, aber das war die Idee im Kopf und wir kennen das ja, die Idee ist im Kopf und wenn sie nicht irgendwo aufgeschrieben wird, ist sie auch gleich wieder weg. Ja. Ja. Es kann sein, dass ich da im Entwickeln jetzt dieses Artikels, dass da was anderes rauskommt. Ja. Aber es ist zumindest einmal diese Kernaussage, die ich dem Leser mitgeben möchte, wenn ich nur einen Satz sagen dürfte, würde ich sagen, Planung ist nicht Aufgabe. Okay. Ja, das ist also die, das Conclusio könnte man so sagen. Okay. Also das heißt, in diesen Trello-Karten sind auch so ein paar Stichpunkte, ein paar Bullet Points, was du vermitteln möchtest, was du bekommen. Okay. Und Claudia, war es super, dass du heute im Webinar dabei gewesen bist. Wenn ich dich jetzt frage, weißt du, was ich meine? Also, was sind die kurzen Impulse, die du regelmäßig setzt? Ist das durch deinen Blog, wo du diese Impulse setzt? Nein, würde ich nicht sagen. Also im Blog, das sind schon wirklich die tiefergehenden Themen. Ich muss mich inzwischen auch zusammenreißen, dass ich nicht an die 2000 Wörter pro Blogbeitrag schreibe. Ich versuche mich also so bei 1500 einzupendeln, circa, aber manchmal fließt es einfach. und die kleinen Dinge sind, indem ich hergehe und aus jedem Blogbeitrag versuche, Zitate rauszuholen oder Fragen mir zu überlegen und die verteile ich dann in den Social Media Kanälen, wobei auch bei mir natürlich Facebook an erster Stelle steht, auch durch meine Gruppe und da bekommt also die Facebook-Seite, die Fans bekommen oft andere Inhalte, andere Fragen gestellt, als jetzt in der Gruppe oder auch auf meinem Privatprofil oder auch auf Twitter. Also aus den Blogbeiträgen dieses Repurposing, dieses Wiederverwenden, irrsinnig wichtig und was ich inzwischen auch gerne mache, ist, dass ich mir in einer speziellen Art und Weise diese Blogbeiträge und Podcasts folgen natürlich, so vorbereite, dass ich dann im Prinzip hergehen könnte und aus diesen Vorbereitungen, aus den einzelnen Punkten draus jeweils wieder einen Blogbeitrag schreiben. Weil, wenn wir jetzt schauen, ich habe in Jänner das Thema Helferlein gehabt, da ist so ein Tools und so weiter gegangen. Unendlich könnte ich da schreiben, klarerweise. Das heißt, wenn ich in sechs Monaten, sieben Monaten vielleicht mir denke, jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen in die Tools eintauchen, dann könnte ich in diesen vorbereiteten Unterlagen quasi nachschauen, was habe ich denn damals nicht behandelt, was könnte ich denn jetzt mitnehmen? Was könnte ich wiederverwenden? In welchen Teilbereich könnte ich noch tiefer hineingehen, wenn es ein Überblicksartikel war zum Beispiel? Okay, okay, alles klar. Okay, dann lass mich das nochmal, auch, weil ich finde es immer wichtig, dass ich das dich richtig verstanden habe, auch. Also deine Blogbeiträge sind wirklich eher deine Tieftauch-Contents, also da gehst du tief. Und du hast so einen Podcast, oder? Ja, Podcast und Blog gehen eher tief. Momentan bin ich mit dem Podcast nicht so ganz regelmäßig, manchmal nur alle 14 Tage, aber ich versuche, jeden Blogbeitrag inzwischen auch zum Podcast zu machen. Früher habe ich Montag Blogbeitrag, ein Thema, Mittwoch Podcast, zweites Thema. Das war also ziemlich viel an tiefen Inhalten und auch schade drum, weil die Leute, die nicht hören, haben dann diese Inhalte nicht mitbekommen und darum spitze ich momentan wirklich darauf zu, dass ich sage, Blog und Podcast, also Blogbeitrag, Podcast-Episode ist dieselbe rote Linie, aber nicht eins zu eins der Inhalt. Also ich lese nichts ab. Ja. Das ist mir wichtig. Okay, gut. Das heißt, also Sie gehen Hand und Hand und das ist die Art und Weise, wie du vertiefend mit deinen Leuten austauschst. Okay, perfekt. Okay, also dann machst du das in Trello. Vielleicht sagst du ein paar Wörter zum Trello, weil ich meine, ich weiß, dass du Trello-Experte bist, ich weiß, dass du einen Kurs dazu hast, der sehr, sehr gut läuft. Aber was ist Trello überhaupt, also vielleicht nur für diejenigen, die diese visuelle Sprache anspricht, weil ich werde gleich ein Beispiel zeigen danach, wo es ganz anders aussieht. Super. Aber ich finde das hier total ansprechend. Ja, es bedient schon ein wenig das Kind in der Frau, könnte man sagen, beziehungsweise wie du ganz richtig sagst, jemand, der visuell veranlagt ist. Trello ist ein Online-Tool, das im Prinzip gratis ist. Das heißt, das, was man hier sieht, das kostet gar nichts. Es gibt dann Zusatzfeatures, die man sich eben dazukaufen kann und funktioniert wie, ja, eigentlich wie Post-its. Ich kann also da hin und her schieben und hinauf und hinunterschieben. Wie gesagt, die Kalenderansicht habe ich auch. Das ist eines von diesen Power-Ups, das ist aber eines ist gratis. Und ich organisiere im Prinzip alles damit. du kannst also die Listen verschieben. Wenn ich jetzt sage, nö, also Workflow, ich will doch lieber im April das Leben im Homeoffice, dann verschiebe ich das und bessere das oben aus und Sache ist gut. Und was vielleicht auch noch interessant dazu ist, ich kann eben die Bilder hineinladen, ich kann die Dokumente, die ich in der Vorbereitung habe, wie Mindmaps, oder ich arbeite sehr gern mit dem 13-Boxen-System, das kann ich alles in dieses eine Kärtchen packen und habe dann sozusagen alle Inhalte, alle Texte, die ich zu diesem einen Blogartikel habe, habe ich dann an einer Stelle. Ja. Und ich mache eben alles damit, ich mache die Projektplanung, die Produktionsplanung von meinen Online-Kursen, To-Do-Liste, Kochbuch, habe ich alles da drinnen. Ja, also du machst fast dein ganzes Leben in Trello. Also wenn Trello morgen abdreht, bin ich ziemlich arm. Bist du völlig aufgeschmissen. Ja, ziemlich. Es gefällt mir sehr gut, also ich habe mich eine Zeit lang in Trello eingearbeitet. Entschuldige, Shaila, soll ich abdrehen mal, ich komme wieder zurück? Ja, gerne, gerne, gerne. Ich habe mich eine Zeit lang in Trello eingearbeitet und mich hat auch dieses Wunder angesprochen, aber ich bin irgendwie doch nicht dabei geblieben. Ich weiß nicht, warum, aber ich sage dir jetzt einfach gleich, wie ich das mache. Ich bin gespannt, ja. im Hintergrund das Ganze aufmachen kann. Ich mache das nämlich in Excel, was... Das waren meine Anfänge, ja. Ja. Vor Trello. Vor Trello. Jetzt, siehst du, ich mache die primitive Version und du die advanced Version. Das passt mir sehr gut. Da können wir das echt so machen. Ich mache mal hier die Bildschirmfreigabe. Sag mir, wenn du das sehen kannst. So. Ja, jetzt habe ich es. Okay. Also das ist ein Tool, was ich eben bei diesem letzten Online-Trainings zum Thema Deinen Marketing-Trichter zur Verfügung gestellt habe. Und das nennt sich der Marketing-Planer. Und ich habe... Das war letztes Jahr dieses Webinar, deswegen steht hier noch 2016. Aber ich gebe einfach mal so ein Gefühl, wie das abläuft. Und zwar, die Idee ist, dass du in diesen Marketing-Kalender alles reingibst, wo du nach außen trittst. Egal, ob auf deiner eigenen Bühne, nämlich dein eigener Blog, deine eigene Facebook-Page, deine eigene Webinar-Reihen oder ob du auf fremde Bühnen auftrittst. Also zum Beispiel, letzte Woche war so eine Mischung. Ich war mit Sandra Holzer in Berlin. Wir haben einen ganzen Tagesworkshop gehalten. Das war eher mit ihren Kunden zusammen. Das wäre so etwas wie eine halb fremde Bühne, wenn man so will. Und die Idee ist, dass man einfach zum Beispiel die Dinge, die regelmäßig vorkommen, also jetzt sind wir wieder bei der Keep-in-Touch-Strategie, dass sie schon im Kalender drin sind. Also hier haben wir zum Beispiel jeden Donnerstag in dem Fall. Das ist nur hier so ein fiktives Beispiel. Und hier wird das Thema nicht vorgegeben, sondern es ist einfach ein Zeit, was gegeben ist. Denn bei mir, ich weiß, dass ich, meine Hauptimpulsmedium ist, sind die Video-Interviews. Und ich habe das irgendwann mal mal als Wunsch gesetzt in meinem Leben, dass ich gerne Video-Interviews als Hauptimpulsmedium hätte. Und dann plötzlich begannen Gelegenheiten aufzupoppen, überall, wo ich nur schaute. Und deswegen, ich schaue einfach in der Woche, wo ein Newsletter rausgeht, zum Beispiel am Montag, was war ein vor kurzem gedrehtes Video-Interview und wie könnte ich das nehmen und passt das zu einem Gedanken, den ich habe in letzter Zeit, den ich ohnehin teilen möchte. Das heißt, ich greife einfach auf dem, aus dem das da ist und habe kein vorgegeben. ein Thema für den Monat, sondern es ist einfach, ich habe diese fixe Zeiten. Und Nicole trägt sie, also meine Assistentin trägt sie auch in meinen Google-Kalender. Das heißt, ich kriege auch am Montag Erinnerungen. Am Freitag kommt der nächste E-Mail-Newsletter. Also wähle bitte das Interview, das du nutzen möchtest, weil ich müsste den Text zur Verfügung stellen, sodass das online gestellt werden kann. Das ist ein bisschen anders, weil meine Deep-Dive-Contents, also bei dem Webinar-Reihen, zum Beispiel, letztes Jahr war das so, ich hatte hier in Februar beispielsweise den ganzen Monat das Thema Pakete und Preise. In April habe ich das Thema gehabt, das perfekte Kennenlerngespräch. Dann habe ich einige Monate Pause gemacht über den Sommer und dann bin ich wieder eingestiegen im Herbst, so, keine Ahnung, ich glaube, das war Richtung, oh Gott, war das Juli, glaube ich sogar, dein Marketing-Trichter und in September hatte ich dann dieses Thema, das Geheimnis der Smart-Website, so in etwa. Das heißt, da hast du für ein paar Monate quasi die Themen sehr wohl gehabt, aber eben zielgerichtet sehr in Richtung Webinar und alles andere hat sich rundherum entwickelt. Ganz genau. Und da in dem Monat habe ich nicht deswegen in meinem Blog unbedingt was verändert oder in den Video-Interviews, da bin ich teilweise einfach so weitergegangen unter Umständen oder auch nicht. Ich habe mir einfach die Freiheit gelassen, aber klar war, dass an jedem Mittwoch dieses Webinar eingeplant war und ich habe gewusst, in dem Vormonat muss ich alles aufsetzen, um die Leute hinzuführen, nämlich die Facebook-Anzeigen, die Kooperationspartner, die das in Social Media streuen und das stand alles so im Vorfeld drin. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ich wusste auch, dass zum Beispiel für diese Webinarreihen, und wir sind mitten in einer und sofern passt das sehr gut, ich nenne es die sogenannten Sprints, nämlich ich mache viermal hintereinander ein Webinar am Mittwoch und mache volle Power, aber dafür habe ich einen Monat oder zwei Monate Pause, bis das nächste kommt. Das ist Geschmackssache. Manche Leute verteilen das gerne regelmäßig über das ganze Jahr, zum Beispiel einmal im Monat ein Webinar, das macht zum Beispiel eine bisherige Kundin von mir, die Britta Lorenzen. Sie hat ein monatliches Angebot, wo sie zu einer Energy-Clearing-Session einlädt und sie macht ein kostenfreies Webinar, ich glaube eine Woche im Vorfeld, um das zu bewerben, jeden Monat, weil das ein regelmäßiges Thema ist. Ja, wobei ich sagen muss, diese Konzentration der vier Webinare, so wie du es machst, und dann zwei Monate nix, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir persönlich sehr. Ich habe die letzten zwei Jahre, 2015, 2016, sehr regelmäßig Webinare gehalten, so alle drei, vier Wochen circa. Und das war schon ziemlich anstrengend, weil du alles, was vorher kommt, an Leute einsammeln, wie du sagst, Facebook-Ads und so weiter und so fort, jedes Monat wieder von vorne anfängt. Ja. Also diese Konzentration von einem Monat extrem viel Input. Ich fürchte, ich werde mir das ein bisschen abgucken müssen von dir. Momentan habe ich es überhaupt gestoppt, weil ich ja also bei dir in Beyond bin und noch in einem anderen Kurs und einfach viel zu tun ist und deswegen habe ich jetzt einmal die Webinare überhaupt gestoppt, bis ich meine Strategie auch wieder angepasst habe. Aber das gefällt mir sehr gut, diese Idee, in einem Monat etwas zu konzentrieren und dann wieder Luft, beziehungsweise da geht es ja stark um Fokus, ne? Ja. Dann den Fokus wieder für etwas anderes zu haben und nicht fünf Sachen parallel pushen zu müssen. Absolut, absolut. Aber ich habe so ein primitives Gehirn, ich glaube die meisten anderen auch. Natürlich. Mein Lizard-Brain nenne ich das auf Englisch und mein Lizard-Brain kann nur auf eine Sache, aufs Mal konzentrieren. Also das stimmt auch nicht ganz, weil ich habe natürlich im Hintergrund meine 1-zu-1-Coachings laufen, ich habe das Online-Gruppenprogramm laufen, aber das sind Dinge, wo ich Gewohnheit drin habe, wo ich dann nicht mehr darüber nachdenken muss. Es ist wie wenn du Auto fährst und Schaltung machst. Das hat sich mit der Zeit ergeben und diese Sprint-Idee, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, es ist einfach irgendwann mal da gewesen und ich muss sagen, mir gefällt es auch richtig gut, weil es erlaubt dir die Möglichkeit, nicht nur richtig tief in ein Thema einzutauchen, mit deinem Zielpublikum und richtig Deep-Dives zu machen mit ihnen, sondern du hast einfach diese Verschnärfspause und ich brauche das unbedingt, weil ich bin so halb introvertiert, halb extrovertiert und auch das nach außen gehen, ist es eine Seelenarbeit. Ich finde das jedes Mal, ich mache mich irgendwie verletzlich einen ganzen Monat lang, dann brauche ich ein bisschen Zeit, um mich wieder aufzufangen. Ja, das ist schon eine sehr attraktive Idee, um es einmal so zu sagen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich es auch mal ausprobieren. Muss eh jeder für sich ausprobieren. Auch diese Redaktionspläne. Es gibt Redaktionspläne, ich schaue es mir natürlich immer wieder an, auch was so Marketingpläne angeht, wo es nicht nur um Blog und Podcast und Newsletter und Webinare geht, sondern dann um alles, was hinten nach noch kommt. Das heißt, in Social Media die Sachen verteilen. Da wird mir teilweise wirklich schwindelig. Also ich liebe Pläne, aber da gibt es welche, die überfordern mich absolut. Das ist einfach zu viel, was jede Woche ist und zu viel, was jeden Tag ist. Und man rutscht dann in so ein Ich muss unbedingt und denkt überhaupt nicht mehr über den Tellerrand, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Was nicht heißt, dass nicht Regelmäßigkeit wahnsinnig wichtig ist. Ich habe zwar, ich glaube, das war im Herbst irgendwann, habe ich einmal geschrieben, Leute, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe leider keine Podcast-Folge. Es tut mir leid und geht sich nicht aus. Und habe dann ganz entzückende Rückmeldungen bekommen, so nach dem Motto, Claudia, du produzierst dermaßen viel. Ich kann es eh nicht alles hören und sehen. Und das wird ja wohl niemandem auffallen, wenn du mal eine Episode auslässt. Aber große Gefahr. Weil dann ist eine Woche und die Woche drauf, denkst du, Thema fällt mir auch nicht wirklich ein. Und dann sind es zwei Wochen. Ja. Das ist mördergefährlich, wenn man selber dieses Commitment aufweicht. Ja. 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 Und in der Woche drauf habe ich gewusst, biegen und brechen. Es kommt eine Episode raus. Komme, was wolle. Ja. Ja. Und auch in meinen, also ich habe erst angefangen, Regelmäßigkeit reinzukriegen. Ja. nachdem ich einen Redaktionsplan hatte beziehungsweise mich öffentlich committed habe. Ja. Ich habe angefangen damals mit einer 13-Wochen-Aktion, wo es eben jede Woche ein spezielles Thema gegeben hat mit Gewinnspiel und allem drum und dran. Das war der Start von meinem alten Blog, den es eh nicht mehr gibt. Und dadurch, dass ich gewusst habe, ich muss, bin ich auch so in einen Workflow erst reingekommen. Ja. Vorher habe ich immer nur geschrieben, einmal im Monat Newsletter, Mist, ich muss wieder mal einen Artikel schreiben. Ja. Ja. Und ich glaube, ganz vielen fällt es schwer, diese ganzen Phasen eines Artikels oder Inhalts hintereinander zu bringen. Sprich, die erste Phase, was schreibe ich denn überhaupt? Ja. Die Ideenfindung. Recherche ist übrigens ein Stichwort, muss ich unbedingt aufgrund des Webinars heute noch was sagen. Recherche. Dann vielleicht mal die Bildersuche, dann das Schreiben, dann das nochmal durchlesen, in Form bringen. Es ist wahnsinnig viel. Und irgendwo auf der Strecke geht dir dann die Luft aus. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo ich zumindest fünf Ideen habe und da schon ein paar Stichworte drinnen stehen habe, ist sozusagen der erste, die erste Hürde, etwas zu schreiben, auch hinaus zu gehen, sichtbar zu werden, schon wesentlich geringer. und ich traue mich da viel eher. Ja. Oder ich komme leichter in den Fluss, sagen wir es mal so. Ja. Und es wird sich, es unterscheidet sich auch. Also das, das, was man vielleicht dieses Jahr braucht, um da rauszugehen, ist anders als nächstes Jahr. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr festgestellt, ich wollte diese Webinar-Sprints machen und ich habe gewusst, ich muss da rausgehen, ich muss allen Bescheid geben, ich muss die Termine einstellen, die Landingpage fertig. Genau. Ich habe diese Termine benötigt, dass andere wirklich auch auf mich warten, dass ich hingehe und das tue, weil ich bin eigentlich jemand, der von Grund auf gern Input reinzieht, aber Output ist nicht so mein natürliches Ding. Also es fällt anderen wesentlich leichter, Content zu kreieren und damit aufzugehen. Und ich lese tausend Dinge, höre tausend Dinge und würde sie am liebsten für mich behalten. Was natürlich nicht so förderlich ist, wenn es darum geht, bei dieser Keep in Touch zu sein. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, ich brauche das nicht mehr so. Ich mache zwar dieses sechste Modul zu Ende, was ich letztes Jahr angefangen habe und ich habe jetzt Lust, ein bisschen was Neues auszuprobieren mit den Live-Sachen und da werde ich mir auch mal was überlegen, wie ich das in regelmäßigen Abständen hinbekomme. Das heißt, selbst die Planung, die Struktur, die du dieses Jahr aufsetzt, ist vielleicht wieder hinfällig das nächste Mal. Vielleicht brauchst du was Neues. Ich finde es auch wichtig, das zu hinterfragen. Ja. Unbedingt, ja. Weil man sonst in diesem Hamsterrad drinnen ist, wie gesagt, nicht über den Tellerrand schaut und da an vielen, vielen Dingen vorbeigeht. Ja. Und zwar nicht nur, was Redaktionsplan oder Output, Input anbelangt, sondern die gesamte Selbstständigkeit. Das ist kein Job, wo wir sagen, okay, und jetzt können wir ihn, jetzt beherrschen wir ihn, jetzt machen wir ständig so weiter. Also ich kann mir, ich bin jetzt über 50, ich kann mir nicht vorstellen, die nächsten 20 Jahre genau das zu machen, was ich jetzt mache. Ja. Aber dazu muss man eben ein bisschen hinausschauen und ein bisschen gucken, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten. Absolut. Und man muss einfach schauen, nicht nur, dass das Business und die Themen frisch bleiben für die Zuhörer. Für sich selber. Selber. Ja, unbedingt, genau. Und ich habe so lachen müssen, als du über dieses Aussetzer und dann vielleicht lasse ich noch mal eine Podcast-Episode raus, weil ich hatte im Webinar heute erklärt, ich habe es schon seit wirklich ewigen Jahren nicht einen Freitag verpasst, wo ich mein E-Mail-Newsletter rausgesendet habe. Und dann ist es mir ausgesprochen, das erste Mal, vor dieser Keep-in-Touch-Strategie, weil wir ja in der Reihe kriegen und tatsächlich zweimal hintereinander. Und beim zweiten Mal, ich weiß noch, ich war unten und ich habe irgendwo das in einem Nebensatz meinem Mann erwähnt und er hat, er macht das sonst nie, ja. Er lässt immer alles so gehen, wie es ist und so und dann hat er mich hingesetzt, mich angeschaut und die Augen und gemeint, Sharia, das würde ich nicht schleifen lassen. Und ich so, wie, was meinst du? Er meinte, ja, lass das nicht zur Gewohnheit werden, du hast so ein hohes Commitment und da dachte ich mir, oh, wenn er das schon sagt. Ja, aber das ist... Aber recht hat er, ne? Weil das geht so schnell und wir wissen ja, wie schnell die Wochen verfliegen, ja. Und dann wieder einzusteigen, ja, und zu schreiben, ah, das letzte drei, vier Wochen und ist mir unangenehm und verspreche hoch und heilig, ja. Je mehr Wochen das werden, desto unangenehmer wird es, da quasi dem Publikum gegenüber die eigene Schwäche unter Anführungszeichen einzugestehen. Das ist so und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, Claudia. Ich habe heute daran gedacht, im Webinar, aber es war eh schon so Inhalts vollgepackt, dass ich mich noch ein neues Thema vertreten wollte. Und zwar, ich habe an die Nachbarssituation gedacht. Vielleicht kennst du das an die anderen, die auch gerade zuhören. Wir haben hier so in die Richtung ein Nachbar-Ehepaar, dort ein Nachbar-Ehepaar und vor uns ein Nachbar-Ehepaar. Und ich bin nicht so oft in Erbstein. Also ich bin hier alle zwei Wochen in Erbstein. Ich bin ständig am Herumreisen nach in die Schweiz und Italien. Und ich bin nicht die höchstaffine Nachbarsbeziehungspflegerin. Im Gegenteil, ich habe eher ein bisschen Skepsis gegenüber Nachbarn. Ich bin es gewohnt, in den USA mit ganz viel Platz aufzuwachsen, wo jedes Haus so Meilen zwischen sich hat. Und hier diese enges bin ich so geheuer. Und dadurch, ich bin nicht diejenige, die ständig vorbeigeht und Hallo sagt oder irgendwie, keine Ahnung, ich grüße sie schon, wenn ich sie sehe. So gut geht auch um mich. Aber stell dir vor, dass es mir so oft passiert, dass ich irgendwie da stand und irgendwie, ich hatte keine Eier, um Kuchen zu backen. Oder mir ist die Zucker ausgegangen, obwohl ich Besuch da hatte. Und wir wollten Kaffee trinken. Ich habe mich ernsthaft nicht getraut, in irgendeine Richtung zu gehen und bei den Nachbarn zu fragen, weil ich denke, was werden sie von mir denken? Ich komme nie vorbei, nur dann, wenn ich etwas brauche. Und so ist es auch mit unserer Keep in Touch-Strategie. Wenn wir ständig in Kontakt sind und diese Beziehung pflegen, dann ist es doch kein Ding, ich habe das Recht verdient, um mein Angebot mal zu bringen und zu sagen, hey, hier ist deine Möglichkeit und ich lade dich ein. Wenn ich das nicht mache, längere Zeit, ja, kein Wunder, dass ich dann mich unwohl fühle, wenn es darum geht, ich habe einen Kurs, den ich gerne mal kommunizieren möchte oder sowas. Oh, da legst du jetzt den Finger in eine Wunde. Erzähl mal, erzähl mal, was ist die Wunde? Ja, die Wunde ist genau, dass du sprichst, du sagst es genau. In dem Moment, ich glaube nämlich, das geht von beiden Seiten aus. Also wenn du jetzt dein Publikum dazu erziehst, unter Anführungszeichen, dass du gibst und gibst und gibst und gibst und zwar immer gratis, dann wird es plötzlich stutzen und sagen, ups, was soll das jetzt? Auf einmal muss ich da was zahlen. Und genauso von der anderen Seite, wenn du immer nur gratis gibst, wirst du das Gefühl haben eben, dass du den Leuten eigentlich zu nahe trittst. So Nachbarn den Fuß in die Tür stellst, damit du den Zucker kriegst, so ungefähr. Und ich bin gerade in der Situation, dass ich einiges ausprobiert habe und Beta-Tester gesucht habe für zwei Workshops und das war total easy. Ich bin auch hingegangen und habe gesagt, Leute, ich habe was Neues vor. Beta-Tester, kommt in die Beta-Gruppe, schwupp, die waren voll. So, Beta-Zeit vorbei. Ja. Und jetzt geht es ans Vermarkten. Ja. Und die Claudia traut sich nicht mit der Tasse, für den Zucker zum Nachbarn zu gehen. Oder ich habe zumindest ein befremdliches Gefühl. Ja. Ja. Und mir hat das heute sehr gut gefallen im Webinar, wie du gesagt hast, ich habe auch alle 14 Tage den Newsletter. Ja. Wie du gesagt hast, alle 14 Tage eben diesen Newsletter rauszubringen und in den Wochen dazwischen, wo kein Newsletter kommt, eben auf Angebote hinzuweisen. Ja. Das hat sich also, das habe ich mir aufgeschrieben. Sehr gut. Um mich selber auch daran zu gewöhnen, den Leuten zu sagen, hey, da gibt es auch was zu kaufen. Absolut. Das ist so wichtig. Und dabei verfolge ich das Pareto-Prinzip. Und vielleicht werden wir nächste Woche, bin ich sogar sicher, nächste Woche im Webinar ein bisschen darüber reden. diese Idee 80-20. Also 80% geben und 20% Promotion. Und das auch wirklich regelmäßig zu betreiben, weil, ja, es ist sonst eben, es ist sonst ein bisschen komisch. Also dann kommt man dann plötzlich daher mit, ach, hier ist mein Angebot. Das muss man sich angewöhnen selber, ja, das zu machen. Richtig. Muss ja nicht jedes Mal dazwischen ein Angebot sein. Das kann ja auch mal ein neues Freebie. Das kriegen ja auch nicht all deine Leute mit, ja, dass du dir irgendeine neue Checkliste ausgedacht hast oder das, ja, im Prinzip könnte man hergehen und sagen, ich nehme jetzt einen alten Artikel und verlinke den gar nicht, ja, sondern schreibe einfach den alten Artikel ein bisschen aufgefrischt in den Newsletter hinein. Ja, ist absoluter Mehrwert. Absolut. Absolut. Und wenn der dann noch zu einem Angebot passt, was gerade läuft, ja, super. Sehr, sehr genau so. Sehe ich genau so. Vielleicht wollen wir uns ein anderes Dokument anschauen. Ja, zeig her. Ich habe da noch was. Und zwar, so, jetzt bin ich wieder bei unserem verrückten Excel. Siehst du das, Claudia? Ja. Und zwar, heute im Webinar haben wir darüber gesprochen, dass, also, wir haben über diesen Deep Dives gesprochen, diese vierteiligen Webinarreihen und den Sprints. Jetzt zurück zu den Impulsen. Also, ich habe gezeigt in diesem Marketingplan, dass irgendwie alle zwei Wochen mein Newsletter rauskommt. Und wenn ich entschieden habe, dass wir das Videointerview, was in der letzten Zeit gedreht wurde, zum Beispiel hier heute, das würde sich super eignen für einen Impuls, für einen E-Mail-Newsletter und werde es sicher auch nutzen, dann würde ich das zusammenstellen für mein E-Mail-Newsletter und dann, sobald mein Team sieht, das ist fertig, das ist rausgegangen, dann erstellen sie ein solches Redaktionsplan für die kommenden 14 Tagen dazwischen. Und zwar, was du hier sehen kannst, ist, wir haben hier einen Montag, einen Mittwoch, weil das ist das, was wir entschieden haben, dass wir Montag, Mittwoch und Freitag Promotional Post machen auf Facebook, Twitter, Zoom, nicht Zoom, Google und Xing, all die anderen Sachen, wo wir von Hootsuite aus steuern. und das erarbeitet die Nicole, also sie legt das Datum an, einen längeren Text für manche Social Media Kanäle, wo längere Texte zulassbar sind, dann einen kürzeren für Twitter, wo wir nur 140 Zeichen zur Verfügung haben mit dem jeweiligen Link und das Foto, das sie vorschlägt, was wir dafür nützen. Und das sieht man, geht es über zwei Wochen und wir schieben auch rein unsere verschiedenen strategischen Partner, die wir auch pushen wollen oder Influencer, die wir erwähnen wollen in der Woche oder wir machen auch auf Angebote Aufmerksamkeit, die gerade erschienen sind und so weiter. Und dann schaue ich mir das an, dann gebe ich das entsprechend frei oder korrigiere das und sie stellt das dann in Hootsuite ein für die automatisierte Aussendung und somit habe ich ein leichtes Spiel dann immer wieder an die anderen trage, einfach mal was Persönlicheres, was Privates, was Spontanes zu machen. Also wir haben hier Luft drin, vor allem am Dienstag und Donnerstag, wo nichts ist, wo ich einfach auch was machen kann. Ich habe gedacht, ich teile das auch. Ich bin begeistert. Könntest du ganz super ein Trello abbilden? Ja. Mit Team. Ja, erzähl mal, wie würde das in Trello gehen? Das würde in Trello einfach so gehen, dass du für das Datum das Kärtchen anlegst. da wird der Text, der vorgeschlagen wird, genauso hineingeschrieben, die Links genauso und die Bilder genauso. Okay, sehr interessant. Und du kannst die Trello-Boards, ich meine, ich arbeite halt alleine drinnen, weil Solo und noch keinen Assistenten oder Assistentin. Das kommt gerade, das kommt. Ja, 2018 steht ganz oben auf der Liste. Ja, und man kann sich ein Board teilen und kann über das Board miteinander kommunizieren. Ja. Mit verschiedenen Members. Ich sehe schon, ich müsste den Trello-Kurs bald buchen. Ach Gott, der ist momentan, also ich glaube, wenn es, also ist ganz witzig, es buchen ganz viele Leute den Trello-Kurs, ja, und andere kommen und sagen, ich möchte genau das umsetzen in Trello, zeig mir das. Und die buchen dann ein bis drei Stunden, je nachdem, wie komplex das ist und wollen nur genau diesen Workflow dort abbilden und sich schulen lassen. Auch eine Möglichkeit. Jetzt gehen alle Blinker im Kopf bei mir an, Claudia. Ich komme noch auf dich, Söger. Super. Schäler, was ich noch unbedingt loswerden wollte, heute im Webinar ist angesprochen worden, recherchieren das Thema. Ja. Ja. Und mir hat, das fast in der Seele wehgetan, weil ich es so gut kenne, ja, also zu Beginn meiner regelmäßigen Bloggerei habe ich es auch ganz oft gelesen, ah, du musst recherchieren und ein Blogartikel zehn Stunden, ja, und davon müssen mindestens fünf Stunden Recherche sein. Was war das Ergebnis davon, dass ich natürlich ganz viele Mitbewerber von mir verfolgt habe und mir erstens immer gesagt habe, ah, die machen das viel besser als ich, die schreiben viel besser als ich, die haben die besseren Fotos als ich, ja, und auf der anderen Seite habe ich mir selber dann einige Themen verkniffen, weil ich mir gedacht habe, ach, der hat das vor zwei Wochen geschrieben, jetzt kann ich ja nicht schon wieder drüber schreiben, das ist ja fad, ne, ja, und ich habe aufgehört damit. Ja. Ich habe einfach, natürlich habe ich nach wie vor meine Partner und die, wo ich sage, ja, die sind ganz in Selbstmanagement ein bisschen andere Richtung als ich, ja, weil sie eben mit Firmen zusammenarbeiten oder ähnliches, oder haben völlig andere Produkte, Schwerpunkte, ja, die habe ich zwar in meinem RSS Feedreader und lese da auch gerne, aber nicht im Hinterkopf mit, ich bin auf der Suche nach Themen. Ja. Auf die Suche nach Themen gehe ich eher in meinen alten Blogartikeln, in meinen, in den Kommentaren dort, in meiner Facebook-Gruppe, in E-Mail-Fragen, die mir gestellt werden, ja, aber wenn man, wenn man so fixiert drauf ist, was machen die anderen, dann glaube ich auch, dass einem Parallelen auffallen, die gar nicht absichtlich entstehen, ja, ich habe mir ein Jahr lang verkniffen, einen Blogbeitrag über Pomelo, also über Pomodoro-Technik zu schreiben, weil es dann mindestens 150 Deutschsprachige gibt und irgendwann habe ich mir dann gesagt, wurscht, ja, ich habe meine Sicht der Dinge und habe die, ich glaube, 20 Vorteile oder so von Pomodoro-Technik geschrieben, ist irrsinnig gut angekommen, obwohl es schon 150 andere gibt. Ja, und manchmal sogar, gerade deswegen, weil eine hohe Anzahl von Content heißt ja auch meistens eine hohe Nachfrage zu einem Punkt auf dem Markt. Ja, also Recherche, ja, aber nicht in, wenn man, oder vielleicht, manche stört es vielleicht auch nicht, ja, manche sagen, je be you, ich hebe mir das einfach auf, wird schon irgendwann einmal kommen. Aber wenn das an die, an die Energie geht und an die Freude daran geht, etwas selber zu produzieren, ja, dann bleiben lassen, ja, bei sich, wie du heute gesagt hast, aus dir heraus, ja, jeder, der sich, der sich selbstständig macht, Experte ist, einen Blog macht, Podcast macht, was auch immer, ja, der, der muss so viel aus sich herausholen können schon, ja, weil sonst funktioniert das gar nicht. Der kann nicht immer von rundherum zahmsammeln, die Themen und die Meinungen. Das ist ja viel zu aufwendig, ja, und kommt auch nicht authentisch rüber. Absolut, das ist so. Und ich bin so froh, dass du das sagst wieder, Claudia, dass das, zum Glück bei mir war das so, ich habe nicht irgendwelchen Blogkurs am Anfang gemacht. Ja, ich habe, ich habe einen Blogkurs gemacht, genau. David, und das ist überhaupt, das ist überhaupt die Gefahr. Jetzt, jetzt, jetzt sage ich das einfach gerade aus, wie es ist. Ich mache mit dieser Webinarreihe auch, ich stelle mich hin als Experte und ich sage, so mache ich es und das sind meine Ideen dazu. Das ist da so die Gefahr drin, dass jemand davon geht und denkt, ich müsste es genau so machen, sonst wird es nicht. Und alles, was ich tue, ist, ich teile das, was ich auf meinem Lebensweg, in meinen 42 Jahren jetzt gesehen habe, ausprobiert habe, meine Erfahrungen. Und vielleicht ist das eine, hat das eine Relevanz für dich, ist für dich auf eine Idee, ist das wirklich ein Sprungbrett. oder vielleicht ist das so, bei solchen Sachen, dass du einfach sagst, ich habe wenig Zeit, ich möchte einfach das Rezept, das Shali mir sagt, erst mal beginnen mit dem und schauen, was passiert. Aber nicht zu glauben, dass es exakt so sein muss, weil in uns drin steckt etwas da, was uns sagt, hey, das, probiere das mal aus. Zum Beispiel bei diesem Blog, Blog-Thema überhaupt, keine Deutsch-Müttersprachler und von Anfang an, ich habe mich abgequert am Anfang mit dem Text schreiben und irgendwann mal habe ich gesagt, so, das macht mir keine Freude, ich müsste ständig lekturieren lassen, das kostet Zeit und Geld und ich bin nicht schnell und ich dachte, meine Güte, dann spreche ich lieber. Deswegen überhaupt diese ganzen Interviews. Also das, was du sagst, fühle in dir und schau mal, was da ist für solche Themen. Das lässt uns kreativ werden und innovativ und anders. Und ich habe es recht spannend gefunden, ich habe Ende des Jahres diese Goodbye-2016-Aktion gemacht und da ging es eben auch darum, ins Schreiben oder einfach mal ein Projekt anfangen, den nächsten Schritt machen. Und da waren wahnsinnig viele dabei, die gesagt haben, ich würde so gerne schreiben, aber ich traue mich, nicht und ich weiß ja nicht. Und die Zusatzaufgabe war immer, dass sie über diesen Prozess, den sie durchlaufen, auf ihrem eigenen Blog schreiben. Und dann kam immer Retour, das ist ja viel zu persönlich. Naja, ich weiß nicht, ob meine Leser so etwas lesen wollen, wenn das so persönlich um mich geht. Und die, die sich überwunden haben, unter Anführungszeichen, das gemacht haben, die waren perplex, was sie für Rückmeldungen gekriegt haben, einfach nur, weil sie aus ihrer eigenen Erfahrung oder aus ihrem eigenen Erleben gerade, aus der Situation heraus, auch so ein bisschen die Türe zu Menschen aufgemacht haben. Absolut. Also es ist so viel in uns drinnen und wir erleben jeden Tag so viel, da müssen wir nicht nach irgendwelchen anderen Artikeln schauen oder uns Englische durchlesen, die wir dann auf Deutsch irgendwie umwandeln. Das ist einfach nicht notwendig. Das ist so. Und es gibt nichts Spannenderes für uns Menschen als andere echte Menschen. Und es gibt nichts, was uns so verbindet wie Erzählungen, Storys, jemand, der sich verletzlich zeigt, der nicht perfekt ist. Also, weil wir alle nicht perfekt sind und das lässt uns einfach eine Identifikation schaffen, die sonst nicht möglich wäre, wenn wir versuchen, alles tot zu recherchieren und perfekt darzustellen. Ja, genau. Spannendes Thema, ne? Ja, wir kommen in spannende Bereiche und nochmal auf dieses Thema Redaktionsplan zurück. Mir wäre wichtig, Claudine, du wirst, denke ich, mir sicher recht geben, hey, schau mal, wo du gerade stehst. Also ich mache das schon seit fast über sieben Jahren. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe für mich, wie das am besten für mich ist, welche Struktur ich benötige. Es hat sich jedes Jahr ein bisschen verändert. Claudine macht das eine, genial und ihr geht es genauso. Du musst nicht von heute auf morgen einen Redaktionsplan haben. Du brauchst nicht, vielleicht jemals einen Redaktionsplan zu haben. Schau mal einfach, ob dieses Instrument für dich nützlich sein kann, ob es dich inspiriert, ob vielleicht eine solche Travel Board mit den Karten, ob du dich spannend findest, ob du lieber einen Marketingplan machst oder was anderes. Und wir wollen einfach heute ein paar Impulse setzen und ein bisschen Anregungen geben, was möglich ist und wie wir das in unserem Geschäft machen. Oder Claudine, wie siehst du das? Ja, sehe ich absolut so. Also ich würde auch in Richtung Redaktionsplan gehen. Dann, wenn ich sage, das hilft dir, Regelmäßigkeit reinzubekommen. Das hilft dir, nicht so dieses typische weiße Blatt vor der Nase zu haben und dann in die Schreibblockade zu rutschen. Und das muss nicht für drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate sein. Es reicht, mal einen Monat sich anzuschauen. Wenn man sagt, okay, Regelmäßigkeit kriege ich nicht hin, dann kommitte ich mich mal einem Plan gegenüber. Ja, tu das, was dir hilft. Also das ist das Wichtigste, genau. Und dann verändern. Immer in Beobachtung bleiben. Das ist ja immer der gleiche Kreislauf. Ich tue etwas, ich beobachte Auswirkungen, ich verändere etwas, ich tue etwas. Das ist immer der gleiche Kreislauf. Und ich hoffe zumindest, dass der nie aufhören wird, weil sonst wird es langweilig. Es wird nicht aufhören, davon bin ich überzeugt. Ich auch. Claudia, wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren und auch sich erkundigen? Weil du hast ja dieses Redaktionsplan-Thema demnächst. Ja, genau, das nächste Mal erst im Juni wieder. Ich habe jetzt diesen Freitag die Beta-Gruppe drinnen und da werden wir noch ein bisschen feilen und schauen, ob das alles so passt, meine Gedanken und das, was Sie erwarten. Und die Termine findet man immer auf abenteuer-home-office.at, weil ich ja aus Österreich bin, wie man hört, aus Wien. Ich höre gar nicht. Nein, gar nicht. Und ja, da ist Blog, Podcast und alle Termine vereint. Ich würde sagen, das ist die beste Anlaufstelle oder Abenteuer-home-office auf Facebook suchen. Das ist sowohl dann die Gruppe zu finden als auch die Fanpage. Sehr, sehr schön. Ich fand das Gespräch super schön. Claudia, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Expertise, die du mitgeteilt hast. Und wir sehen uns vielleicht im nächsten Webinar. Mal gucken, ob du auch dabei bist. Ja, auf jeden Fall. Ist schon eingetragen und vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und auch mal deinen Redaktionsplan zu sehen. Ich bin immer froh, wenn ich andere Perspektiven bekomme. Sehr schön. Sehr schön. Also, tschüss. 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 Tschüss.